10.968 Tag. Ich bin jetzt auf der Welt. Man lernt unglaublich viel, unglaublich viel in dieser Zeit. Man lernt sich auf die wesentlichen Dinge im Leben zu konzentrieren. Man lernt ja irgendwie seine Gefühle besser zu artikulieren. Es ist oft ganz wichtig zu sagen, was man empfiehlt. Aber vor allen Dingen lernt man dankbar für jeden nur so kleinen Moment zu sein. Aber jeder kleine wertvolle Moment wird eigentlich nur dann wertvoll, wenn man mit Menschen teilen kann, deren Wegen. Und was es gibt, das erklärt haben, dass man für jeden diese Momente dankbar sein kann, sein Wolls und mich die Zeit einfach benutzen, um allen von euch Danke zu sagen. Ich bin jetzt auf der Welt. Ich bin jetzt auf der Welt. Danke, dass Sie mit mir ganz, ganz verteidigt. Danke dafür, dass Ihr mich so akzeptiert wie ich bin. Danke, dass Sie für mich da seid. Danke dafür, dass Sie mich immer darauf erinnern, wo meine Stärken liegen, aber auch wo meine Schwächen liegen. Danke dafür, dass ich unglaublich viel lernen darf von Euch. Danke dafür, dass Ihr mich zu den Menschen nutzt, die ich heute bin. Ich darf einfach so viel unglaubliche Dinge erleben. Aber all diese Dinge, all diese kleinen, wunderbaren Scheinmomente waren einfach nichts wert, wenn ich nicht euch hätte, Menschen hätte, die ich mag, die mich mögen, mit denen ich diese Momente teilen kann. Und deshalb von ganzem Herzen Danke an jeden und jede Einzelne von Euch. Danke für 10.968 Tage. Danke. 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 Vielen Dank.